Das ist riesig. Er braucht was zu essen. Du hast ein Brot, Bene. Ich weiß nicht, wie dick er ist. Ja, das ist so groß. Wie? Der ist bestimmt schon frei. Die wollen was zu essen. Wir haben leider nichts für dich. Wir sind schon gewohnt. Oh, der eine ruf nach Mama. Wir haben leider nicht für euch. Fangen, fangen. Da kommt noch ein. Fangen, fangen. Oh, wir haben leider nicht für euch. Du bist so hübsch. Hallo. 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 Hallo.